Ich wünsche allen einen schönen guten Morgen und herzlich willkommen zu einem kurzen Marktupdate. Überraschend kündigt die OPEC Plus jetzt vor dem Treffen Produktionskürzungen an und die Ölpreise sind daraufhin zu Wochenbeginn in die Höhe geschossen. Schauen wir mal auf die Charts, den Risikoinweis gibt es natürlich wie immer vorab, der Handel mit CFD ist mit gewissen Risiken verbunden, dessen sollten sich bewusst sein und ich möchte an dieser Stelle betonen, dass ich keine Handelsempfehlung ausspreche. Wir gehen direkt rüber zum WTI-Chart und gehen mal runter in den H1 und wollen die jüngste Bewegung mal einordnen. Also die Ölsorte WTI hat heute deutlich höher öffnet und zwar um knapp 6%. Die Gewinne wurden zwischenzeitlich auch auf 8% ausgeweitet und gegenüber dem Tief, das vor zwei Wochen erreicht wurde, war das dann ein zwischenzeitlicher Anstieg von 27%. Sie sehen schon, die Käufer testen jetzt einen Schlüsselwiderstand bei 80,93$. Der Bereich wurde kurzzeitig überwunden, dann ging es aber auch schnell wieder darunter. Also das könnte sich vielleicht als Fehlausbruch entpuppen. Wir wollen aber auch nochmal auf das Big Picture schauen und wollen uns mal überlegen, was das jetzt für den W1 bedeutet. Wir sehen also, dass der Abwärtstrend intakt ist, tiefere Tiefs und tiefere Hochs und der letzte Abwärtsimpuls hat eben hier am März hoch begonnen. Hier gab es die letzte Trendbestätigung und jetzt hier der Erholungsversuch. Das heißt, die Verkäufer wollen diesen Bereich um jeden Preis verteidigen, um den Abwärtstrend fortzusetzen, die 64 zu durchbrechen und dann die 62 zu knacken, während die Käufer versuchen wollen, diesen Bereich zu durchbrechen. Der Wochenschlusskurs wird uns dann natürlich mehr verraten, aber es gibt eben auch die Möglichkeit, natürlich kurzfristig von der Volatilität zu profitieren. Und wir gehen jetzt mal runter in den 15 Minuten Chart und ich blende hier nochmal zwei gleitenden Durchschnitte ein. Einmal mit 21 Perioden in blau und einmal mit 50 Perioden in rot. Und das, was man in der Regel haben möchte, ist natürlich eine klare Trendstruktur, höhere Hochs und höhere Tiefs und das idealerweise oberhalb der gleitenden Durchschnitte oder unterhalb. Und was wir aktuell sehen, ist, dass der Aufwärtstrend jetzt schon seit einiger Zeit anhält, Crossover. Und dann sehen wir immer wieder höhere Hochs, also immer wieder eine Trendbestätigung. Wir sehen, dass die gleitenden Durchschnitte und die Struktur also noch mitspielen. Und das bedeutet, dass es also kurzfristig noch einen Versuch geben könnte, also einen zweiten Versuch hier oben auszubrechen. Die zweite Variante, der kurzfristige EMA durchbricht den langfristigen EMA und dann bildet sich unterhalb der gleitenden Durchschnitte eine Reihe aus tieferen Tiefs und tieferen Hochs. Das wäre eben das Signal dafür, dass der Markt wieder nach unten möchte. Und da können wir uns gerne auch nochmal ein Beispiel anschauen, wie das dann in der Praxis aussehen könnte. Hier oben gab es einen Hoch, das war der Aufwärtsimpuls. Dann driftet der Markt ab, durchbricht das Ganze. Es gibt einen Abwärtsimpuls und einen Crossover und dann eben die Gegenbewegung. Und dann gibt es immer wieder tiefere Tiefs und tiefer Hochs. Und das wäre dann ein Signal dafür, dass der Markt deutlich tiefer zurückfallen könnte. Und dann natürlich versuchen könnte, das offene Gap zu schließen. Lass gerne einen Daumen da. Mehr Hintergrundinformationen und mehr Handelsideen gibt es dann auch in meinem Video von heute Morgen. Den Link finden Sie wie immer unten in der Beschreibung. Viel Erfolg für heute und bis zum nächsten Mal.